Hallo und herzlich willkommen zu Scorched Earth, heute wieder mit Winnie Vintage. Guten Tag. Ja, meiner, einer, ich kenne dich ja. Wie versprochen, wir bereiten uns gerade, also besser gesagt, wir sind in den letzten Zügen der Vorbereitung da hinten zum Gebirge aufzubrechen, um uns einen Argentavis klar zu machen. Gut, also ich habe eigentlich alles soweit eingepackt, Winnie. Dein Kram ist drinnen. Fisch habe ich dabei, für die Motte habe ich genug dabei. Ich parke die Motte schon mal aus und warte. Ich muss nach Narcos, Narcos. Ah, siehste, Narcotex, habe ich nicht daran gedacht. Und ich glaube, ich habe gerade mal 26 Narco, weil ich sollte vielleicht doch noch ein paar einpacken, wa? Ja. Dann tue ich das doch mal schnell. Oh, Lars. Nehme ich noch eine mit, dann habe ich drei. Dann stimmt das auch schon wieder. So, ich tue 50 Narco-Pfeile bei mir rein. Dafür die 26 Narco-Pfeile da rumliegen. So, drei Bolas. Der Rest muss reichen. Ich lasse meinen Dscherboa hier. Ah. Ja, ein bisschen beladen. Aber die Motte hat gleich ein Level Up. Das heißt also, das kriegt sehr lange. Wir sind auch ziemlich beladen. Gewicht. So, wo gehen wir denn überhaupt hin? Am Kölner Dom, links durch die, also links vorbei, gerade durch die Schlucht, hinten hoch beim Gerippe, quasi da, wo wir schon mal waren, wo wir die Raptoren verloren haben. Nur gehen wir halt da nicht links zur Wüste, sondern, äh, hier, hallo, hallo, da bist du. Ja. Wir, äh, bleiben dann auf dem geraden Weg Richtung Gebirge. Und zwar hier am Kölner Dom, links vorbei erstmal. Ich fliege mal ein bisschen vor, weil die Motte muss ja dann eh sofort wieder ausruhen. Nur so, dass du ungefähr den Weg weißt. Ich meine, im Endeffekt bist du sowieso schneller als ich. Äh, nee, so viel nicht. Ich bin auch ziemlich überladen. Echt? Hm. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist, ne, wenn wir jetzt in die Echte kommen. Stand der im Weg? Der wäre mir den Weg blockiert, außer im Bomberfleisch. Ah. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe meinen Kaffee gemacht und der steht jetzt noch da. Was ist schlecht? Lass wir den eigentlich gleich mal holen. Ah. Also, ich setze mich hier vorne auf den Stein und dann renne ich mal schnell. Kann ich ja, wenn es zu lange dauert, schnell rausschneiden. Ihr Lieben. So. Ich bin sofort wieder da. Ja. So, da bin ich wieder. Können weiter. Äh, wo bist du? Ach, da hinten. Ich stehe noch. Gut. Mhm. Mhm. Sehr schön. So muss das sein. Ich gebe wieder mal ein bisschen Gummi. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier unten weiter lang können oder ob wir hier oben über die, äh, Klippe müssen. Deswegen fliege ich mal eben ein bisschen vor. Also, ich versuche vorzufliegen. Mir das mal anzugucken. Aber ich denke, wir können hier unten rum. Ja. Ja. Muss ich direkt mal wieder landen. Oh, wo ist meine Familie? Hier unten. Hast du doch gesagt. Nee. Du hast mich falsch verstanden. Hihihi. Ja gut. Dann muss ich da hinten halt wieder hoch. Ist ja gut. Also, mit unten meinte ich nicht ganz oben lang. Das war dann nicht klar ausgedrückt. Ja. Nee, also nicht durch die Schlucht. Das, äh, endet nur wieder bei uns quasi. Das geht rundherum um den Berg. Ja, ich versuche gerade, wo eine Stelle ist, wo ich hochkomme. Ich fliege mal an die Schlucht. Ja. Wo auch immer du bist. Bist du. Das gibt's doch nicht. Dann lässt man dich einmal aus dem Auge. Dann bist du weg. Ich bin jetzt hoch. Äh, wo hoch? Oh, hier liegt ein Doktor. Das war jetzt eine klare Ortsanlage. Ich bin durch die Schlucht und die erste Stelle, wo ich rechts hoch kann, bin ich rechts hoch. Rechts hoch? Ja. Bist du, da vorne bist du, da vorne bist du einfach geradeaus. Ah. Dann bist du links hoch. Aber das ist in Ordnung. Oh, Entschuldigung. Ja, das andere rechts. Das macht nichts. Das war schon klar. Das war schon klar, das ist schon andersrum. Das war schon klar. Ja, ja, weil ich mich auch so oft damit vertue. Ja, so jedes Mal. Nein, Scherz. Guck mal, meine Motte muss gerade mal landen. Ich hab mal wieder nicht drauf geachtet, so wie immer. Ja, genau, da müssen wir auch in die Richtung. Wir müssen eigentlich Richtung Rote Arc. Da sollte es dann, Gebirge sollte dann schon zu sehen sein. Und zwar nicht das auf der linken Seite. Das ist nur unser Kristallberg. Sondern weiter hinten durch. Im Endeffekt dürften wir... Also wohl ist mir bei der Aktion hier ja nicht. Ja, mir auch nicht. Wir erwarten mal. Aber wenn du jetzt hier um die Ecke kommst, siehst du eigentlich schon da hinten das Gebirge. Und da müssen wir hin. Weil wie gesagt, also hier links war auch mal ein Agentavis, aber... Wann rum? Naja, das denkt sich der arme Parasaurus auch. Mano, immer diese Viecher. Ja, immer stellen sie sich im Weg und markieren mich. Ja, gerade die Parasauren können das richtig gut. Ja. Oh, ich höre, dass du Holz erntest. Ja, wir haben ja den Stamm kaputt gemacht. Ach, ich muss mal Fleisch umladen. Rastor voraus. Und zwar jetzt direkt unter mir. Oh, Jutta. Komm her. Na, was für Mucke. Wo sind denn meine Raptoren? Äh, ja. Was hatte der da im Inventar? Ich geh mal gucken. Ich muss mal meine Raptoren suchen. Wo sind sie? Ach nee, nicht schon wieder. Der hatte ohne Ende Bären im Rapport war. Mhm. Ich meine, ist ja gut für die Motte. Nicht schon wieder. Ach man, oh. Da. Ich wollte auch gerade sagen, die Raptoren verschwunden. Da sind sie. Hab ich sie doch gerade gesehen. Könnt ihr mal da rauskommen, bitte? Ich bleib einfach hier, ne? Bonny hängt einfach fest. Hm. Dann gehen wir Bonny da rausholen. Ja. Das wäre mehr als fair. Hm. Warum ist Bonny denn voll? Da vorne ist eine Wasserstelle. Ach so, Bonny kann sich mit mir nicht bewegen. Ich dachte gerade, was geht denn jetzt? Lauf mal eben zur Wasserstelle und trink da mal ein Stückchen. So. Oh. So? Ja. Ich habe die Motte auf den Stein gepackt und bin jetzt gerade nicht hochgekommen. Gut. Dann geht es weiter. Ja. Und ich glaube, das nächste Gebirge liegt quasi vor uns, wenn du hier hochgekommen bist, links abbiegst. Also hier zu mir rüber. Okay. Siehst du das? Riesen Gebirge hier? Ich muss mal gucken, ob meine Raptoren da sind. Ich glaube ja. Ja. Okay. Seit drei. Wie sieht es denn hier aus? Das ist eine gute Frage. Aber bisher sehe ich keinen Flugsaurier. Hm. Weder mit noch ohne Federn. Wir sind doof. Wir haben auch noch nicht mal ein Zelt mit. Oh, nee. Haben wir nicht. Kacke. Was liegt hier? Zwei Wölfe oder mit? Nee, zwei Säbelzahntiger. Ja, hier oben ist ein Thorny auf der Klippe. Ja, ja. Das ist gerade eben da oben geflogen. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Golem. 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 Hilfe. Ähm. Weiblicher Agentar ist Level 13. Naja. Ja. Pff. Haben oder nicht haben, ne? Hm. Ja, ja, ja. Ach, Golem. Leg dich mal wieder hin. Hilfe. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin da, wo der Sornjah an der Klippe war. Da starte ich jetzt gerade wieder. Ah, da oben ist einer. Was bist denn du? Und wo bist du? Äh, ich bin geflüchtet. Oh, da ist ein Kano. Äh, oh, dieses Fernglas macht mich kirre. Hm, 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 hm. Ich würde gerne wissen, was der Agentar ist, da ist. Wenn das der da oben ist, an dem Linkswind ist, ist das der Level 13er oder so, weiblich. Ja. Ich kriege ihn nicht ins Visier, egal, was ich hier tue. Ja, und da ist auch ein Kano, ne? Ja. Dann ist er das. Ja, Level 13. Ja. Dann müssen wir uns hier eigentlich nur eine schöne Stelle aussuchen. Oh, Skorpion. Also du scheinst ja wenigstens so nah zu sein, dass, äh, ich hier die Mucke höre. Ulmus, Skorpion, Sandra, äh, äh, Geier, aber weich? Ja, ja, ja. Krass. Habe ich ja noch nie erlebt. Oh, 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 oh. Ja, die sind kacke. Ja, ist aber kacke tot, ne? Ja, aber die machen, die greifen nämlich den Reiter an. Ah, da kommt der Agentaris, ein anderer. Achtung. Okay. Das ist ziemlich cool. Ja, ich ziehe ihn mal runter hier. Ja. Ich spring mal ab. Lade die Betäubungspfeiler. Oh, 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 oh. Ich habe passiv gepfiffen. Mein Raptor hat den nicht gerade bearbeitet. Was ist denn das? Zweiter, 13er, männlich, oder? Der sieht aber übel aus, weil er auch schon zwischenhüpfen. Oh, die Motte. Er hängt im Stein. Ja. Jetzt liegt er. Ist er tot oder betont? Bewusst los. Okay. Na gut, wenn er schon da liegt, dann... Nehmen wir ihn. Nehmen wir ihn. Ich muss die Motte mal eben parken. Meine Nerven. Aber ist es doch gar nicht so schlimm. Da hinten ist der Karnhof. Verdammt, der Hacke. Ja, ja, wir sind ja hier ausgerüstet. Keine Panik. Dann parke ich aber mal die passiv gestellte Motte etwas höher. Ja. Ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt neutral gepfiffen. Ne, das hat die, glaube ich, gar nicht betroffen, die Motte. Da war ich schon weg. Ich würde die gerne hier oben parken, aber das Problem ist, da komme ich nicht mehr runter. Mach mal das da drüben. Den Sony da erledige ich mal und den Karno. Auch noch den Karno? Okay. Ich versuche mal mitzuhelfen. Das muss ich erst mal landen. Jo, den Karno habe ich jetzt einmal getroffen. Ja, ja. Ach, das ging ja. Meine kleinen hier. Überwesen ist ein bisschen Crime. Nö, weiter nicht. Ja, hier. Im Inventar ist auch nur Mottenkram. Aber Betäubungsfeile und Feile. Zweimal Prime. Cool. Direkt rein in den AG, wa? Ja. Haben wir überhaupt genug Fleisch eingepackt? Ja, ja, ich habe extra Fleisch. Ja, stimmt. Du warst ja auch noch unterwegs, wie bekloppt, ne? Zwischendurch. Level 13. Ja, gut. Ja, aber es ist weiblich. Dann ist es wenigstens zum anderen Leben. Ist weiblich? Mhm. Aber der andere, der war doch weiß und der hier ist schwarz. Da würde ich ja glatt mal gucken, ob ich noch den anderen kriege, ey. Mhm. Damit wir wenigstens zwei haben. Das ist jetzt auch eine gute... Oh, das ist noch ein Kano. Warte, ich komme. Ja, das ist schon geplündert. Aber Level 9. Ne, der ist uninteressant. Ja, und der Sony lässt uns in Ruhe, denn ist auch alles gut. Ich werfe ein Auge auf unseren AG. Noch mal rohes Filet, sehr schön. Dann klettere ich mal hoch zum Motor, wenn ich das schaffen sollte. Ja, das sieht nicht so aus. Oh, hier ist ein... Ist das ein Kackekäfer? Was? Sofort Kacke sammeln. Der muss handgezähnt werden. Mit Kacke, ja? Ja. Ach nee, das war kein... Das war ein Ölkäfer. Ach, ein Oil Bug. Das sah nur so aus. Das Spiel wird nie bug-free. Wow. So, Kano ist weg, ne? Ja. Ich fliege mal in die Richtung, wo wir eben diesen AG noch gesehen haben. Oh, ich habe Durst. Wo ist der Durst? Da hinten? Äh, warte. Boah, ja, da kommen wir eigentlich gerade her. Puh, nee, wir haben auch nichts zum Transportieren, ne? Weil da, wo wir hergekommen sind, da war eine Wasserquelle. Hm, hier kann man ja her, ne? Ja, eigentlich war der hinten runter. Aber guck dich einfach mal um hier. Gibt es bestimmt noch eine. Ich bleib hier mal bei Magi. Dann schauen wir mal. Bis jetzt sehe ich nichts, aber da ist ein Wasserpack. Ja, ich habe ein bisschen mehr Hunger. Ja, statt Durst. Was greift mich denn jetzt an? Ein Wolf. Okay. Level 95. Das Prime verdirbt in wenigen Minuten, aber das ist ja auch so schlimm. So, ich denke, ich komme zurück. Mhm. Oh, da ist noch ein Wasserpack. Ja. Ich sehe euch sogar. Sehr schön. Du kommst in die richtige Richtung. Ich muss mal eben überprüfen, ob ich die Täubungspfeiler rieche. Sehr schön. Ich bin gleich wieder da. Wie gesagt, ich schaue mal. Dann kann man ja direkt einen Schluck Kaffee trinken. Also hier ist noch ein Sonny in der Nähe. Aber bisher ist er relativ relaxed. Ja. Schon eine super komische Gegend hier. Relativ viel Metall. Plus sechs. Süß. Ja, ne? Level 19 Argentavis. Naja, komm. Also, dann haben wir einen. Das ist schon mal einiges wert. Ja, gut. Um andere zu kriegen, ist das... Genau. Er kann Viecher wegtransportieren. Er kann an sich eine ganze Menge transportieren. Aber sieht sehr ruhig aus hier. Also bis auf ein paar Thornis und so. Ich glaube, da hinten ist eine... Nee. Was? Was? Du weißt aber schon, dass es hier Tapijaras gibt, ne? Jaja, hab ich doch eben gesagt. Wir haben noch gar keinen Tapijara gesehen. Tapijara. Tapijara. Level sechs. Weiblich. Und ich habe den anderen Argentavis, den männlichen. Männlichen, weißen Argentavis gefunden. Ja, aber ganz weiß ist er nicht. Der hat sandfarbene Flügelspitzen oder braune Flügelspitzen, wie man das... Der Körper ist auch ein bisschen mehr Anthrazit. Aber... Schau mal. Motte kann nämlich hier auch an diesen Steil hängen, schön. in die Wand und sich mal ein bisschen entspannen. Kann ich auch mit der Tapijara so schräg landen oder was? Das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt hier schon an einer recht schrägen Wand. Also da könnten wir, glaube ich, nicht dran rumlaufen. Welches Level ist der da? Der männliche? Ja. Der ist auch Level 13. Dann gibt es hier echt Tapijara. Das ist der Wahnsinn. Ja. Im Moment zeigt er noch kein Interesse. Aber schon mal gut zu wissen, dass der hier ist. Da hinten ist noch einer. Level 13. Das entbehrt nicht irgendwie einer gewissen Komik. Oh, ich glaube, der hat mich jetzt entdeckt. Überlegt. Motte? Schmeckt sowas? Ich mag das ja, wie die gehen, die Hagi. Ne? Das ist ja... Okay. Ich glaube, er ist im Angriffsmodus. Und wenn ich richtig Glück habe, folgt er mir. Ja. Und die Motte ist ein kleines Stückchen schneller als der Hagi. Natürlich bei weitem nicht so ausdauernd. Oh, jetzt hängt er ein Kleid da hinten fest. Warte ich mal ein bisschen. Och, jetzt dreht der ab. Blöder Agentar. Das ist... Aber vielleicht auch ganz gut, weil die Mutter hat eh schon wieder keine Ausdauer mehr. Ich wüsste, wo du steckst. Ich komme gleich wieder zu uns. Ich bin quasi... Ja. Wenn du jetzt vor dem Stein stehst, bin ich rechts rum. Da sind dann auch zwei... Thorneys sind da. Komm Junge, ich bin gutes Futter. Nix. Er steigt nur noch höher. Weißt du was, ich hocke mich jetzt nochmal hier hin. Mal schauen. Also ich versuche den auf jeden Fall bei uns da in die Gegend zu kriegen. Ja. Also zu dir da. Aber... Gestaltet sich nicht so einfach. Außerdem habe ich da gerade noch einen gesehen, der viel näher bei uns dran ist. Ich weiß nur nicht, was das für einen hat. Ich glaube, ich bleib beim 13er. Ach, hau doch nicht ab, Kollege. Schau mal hier, leckere Motte. Die kleine Mittagsmusik. Oh, ich muss mal kurz meinen Platz verlassen. Ich bin sofort wieder da. Okay. Dieser blöde Argi. Ja, mein Freund, du gehst in die richtige Richtung. Sehr schön. Ja, greif mich mal kurz an. Das ist gut. Ach, wie habe ich dieses Quietschen vermisst. Hast du Betäubungspfeile dabei? Äh, ich habe nur einen. Okay. Und den habe ich nämlich eben aus dem Kano oder so bekommen. Ach, jetzt haut er wieder ab. Aber ich habe ihn jetzt schon mal hier unten. Feigling. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn überzeugt, wenn ich ihm einen Pfeil verbrate. Wo ist er hin? Hä? Hallo, Argi. Ah, da. Das war daneben. Das war ein Treffer. Oh, der ist jetzt sauer. Und das ist gut so. So. Oh, oh. Feigling passiv. Er greift meine Motta an den Sack. Nehmen wir den einzigen Narkofall, den ich habe. Ja. Jetzt hat er die Agro auf mir. Er will abhauen. Hängt im Baum. Das ist einfach nur gut. Der vor... Oh, da fällt runter. Er liegt im Baum. Fuck. Das ist kacke. Das ist kacke. Äh, kriegen wir den gefällt? Ja. Der fällt dann runter. Ich auch noch. Was macht der denn hier? Ich muss mal gerade den Jabber aufschmeißen. Er hängt in der Luft. Nö, ne? Irgendwas passiert. Nicht Hitze. Sondern... Es könnte Sandsturm sein. Hä? Warum ist denn meine Motta auf einmal so schwer? Was machen wir denn jetzt mit dem... Ach so. Obwohl, du kommst da nicht dran mit der Motta, ne? Oder kommst du dran mit der Motta? Ach, weil ich das kacke, Holz... Ja, klar komm ich dran, aber ich kann nicht auf sein Inventar zugreifen. Echt nicht? Nee, das geht selten. Deswegen, ich wollte gerade mal gucken, ob ich oben vielleicht auf dem landen kann. Nee. Nicht wirklich. Boom. Hm. Ja, dann müssen wir Fundamente bauen und uns da hochhangeln. Stimmt, wir haben ja Sachen mit. Genau. Wir haben doch Sachen mit. In der Motta, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen mal nach Hause fliegen und müssen mal ein Zelt holen gehen, bitte. Das dauert ein bisschen, aber mache ich gerne. Nimmst du die Sachen aus der Motta? Äh, das Tor brauche ich nicht. Gut. Kann ich die irgendwo anders unterbringen, damit die Motta ein bisschen schneller ist? Das sind nur 8 Kilo. Ja gut, okay. Hast recht. Dann... Eile. Wenn man zweimal E hintereinander drückt. Ich eile, ich eile, ich eile. Ja, ihr Lieben, und ihr seht erst in der nächsten Folge, wie das endet hier. Ob wir das überhaupt hinbekommen. Ob wir das alles überhaupt überleben. Ja. Wie gesagt, dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. Bis demnächst. Eure Vintage Edition. Und euer John Tiefohl. Tschö. So. Und tschö.